Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir Gant ins Kreuzmöhr genommen und es ist eigentlich schon völlig klar, was so ein Fick da abgeht, ja? Gant ist der Mörder. Er wollte es, äh, Edge anscheinend anhängen. Mit Edge's Auto wurde die Leiche transportiert. Lana sollte die Leiche abholen, äh, aber als ein Zeuge da war, starr sie da rein, um den Verdacht auf sich zu lenken. Und nun brauchen wir einen Beweis dafür, dass er Goodwinner mordet hat. Und ich hab mir nochmal die Gerichtsakte angesehen und ich fürchte, wir haben da nicht so wirklich den Beweis für. Noch nicht. Es bringt nichts, Beweise vorzulegen, von denen man selbst nicht überzeugt ist. Nein, euer Ehren. Im Augenblick hab ich keine handfesten Beweise. Hm, sehen Sie, Herr Jay. Hey, in diesem Fall, in diesem Fall, das Gericht muss sich für ihre Anschuldigung gegen den Polizeistoff bestrafen. Was? Ich pokere nur, wenn viel auf dem Spiel steht. Offensichtlich war Fortuna heute mal wieder auf meiner Seite. Okay, OG, ich überlasse den Rest in. Ich habe Sie vorher schon gewarnt, Herr Reitz. Das ist die Beleidigung eines krankhörigen Beamten unserer nationalen Polizeibehörde. Hm, hm. Was? Fortuna, hm? Vielleicht sollten wir ein Wörtchen mit dir reden. Herr Reitzscher, was meinen Sie? Es gibt eine Dame, die die ganze Wahrheit hinter diesem Prozess kennt. Wir hatten noch nicht die Ehre, ihre Aussage zu hören. Eine Dame, die die Wahrheit kennt. Ein weiterer Zeuge. Beim Mangel an konkreten Beweisen bleibt nur noch die Zeugenaussage. Aber Polizeichef Gant hat sich auf sein Recht berufen, die Aussage zu verweigern. Es gibt noch jemand anderen, einen weiteren Zeugen, der alle Fragen beantworten kann. Die sich im Prozess ergeben haben. Jemand, der sich in diesem Raum befindet. Herr Reitzscher, wer ist diese Person? Ha. Warum fragen Sie mich, euer Ehren? Haben Sie es vergessen? Die Beteiligung allein ruft heute Zeugen auf. Alright. Gibt es einen solchen Zeugen? Es kann nur... Es kann sein, dass sie die Wahrheit nicht sagen will. Ach du... Oh Gott. Aber es gibt kein Zurück mehr. Ja, euer Ehren. Die Beteiligung ruft auf. Frau Lana Sky. Die Angeklagte. Frau Lana Sky? Sie bewandten sich am 21. Februar um 17.15 Uhr in der Tiefgarage. Ihre Aufgabe, die Leiche des Opfers zu entsorgen. Nach Anweisung einer gewissen Person. Halt's schaff. Die Anklage hat keine Einwände, euer Ehren. Nun gut. Das Gericht wird heute eine letzte Pause machen. Wir setzen die Verhandlung in 15 Minuten in der Aussage der Ver... Äh, 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 äh. Das Gericht ist für... Ein Moment. Hä? Wo ist das? Ich dachte, sie wollen essen. Hören sie gut zu, Lana. Ich spreche mit Lana. Ich muss es ihnen wohl nicht sagen, aber wenn sie Rites Forderung annehmen... ...wird das schreckliche Folgen haben. Ganz genau. Ihre Schwester wird verschuldigt befunden werden. Für den Mord an Neil Marshall. Aha. Ah, ist nicht gut. Natürlich werde ich solche unerhörten Anschuldigungen nicht unterstützen. Wenn sie solche unerhörten Anschuldigungen nicht unterstützen. Richtig. Nur etwas, woran sie denken sollten. Also gut. Ah, ich habe eine Farbredung zum Mittagessen. Damit hätte schon alles bewiesen, der Fuckball. Ist das Gericht jetzt vertagt? Wie kann der Richter nur so blind sein? Wie es aussieht, sind wir noch mit von der Partie? Ja. Dank ihrer Hilfe, Edschloff. Dieser Polizeichef ist ein anderes Kaliber, nicht wahr, Jungs? Inspektor Gamschuh. Ah, ich bin nicht mehr Inspektor. Oh, stimmt. Tut mir leid. Ah, machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß schon, wo ich jetzt arbeiten werde. In Ihrem Büro. Mein Büro? Ja, natürlich. Ich übernehme den Part des zu erknüpften Mädchens, das mit ihnen zusammenarbeizte. Meinte etwa Maya? Ja, äh, Gamschuh, kannst du denn Geister beschwören uns? Bist du süß? Hä? Was sind die Kriterien, okay? Trotzdem, äh, es sieht so aus, als ob wir Schachmatt wären. Alter, Gamschuh als Partner. Wie lustig das wäre. Polizeichef Gantor hat es wieder mal geschafft. Wie behält er nur immer die Oberhands? Es ist nicht fair, dass er das Recht hat, die Aussagen zu verweigern. Hm, überholen Sie sich, Schreit. Erinnern Sie sich, was der Richter sagte. Polizeichef, das ist, äh, kein Recht, davon dass man sich beiläufig beruft. Es müssen einige Risiken beachtet werden. Was meinte er damit? Ganz einfach. Verweigert der Polizeistift die Aussage? Tritt auch das Gegenteil ein. Das bedeutet, er verliert auch das Recht, etwas zu sagen. Emma, geht's dir gut? Ja, als ich wieder zu mir kam, war ich im Krankenzimmer. Ich habe die Verhandlung von dem Emporer aus verfolgt. Also hat sie alles mitbekommen. Äh, Emma, tut mir leid, was ich vorher gesagt habe. Nein, das macht nichts. Es war die Wahrheit. Es ist komisch, wissen Sie? Ich bin fast ein bisschen erleichtert. Erleichtert? Ja. Jetzt weiß ich eigentlich, was wirklich passiert ist. Wenn ich daran denke, dass meine Schwester die ganze Zeit von diesem schrecklichen Mann erpresst wurde. Und sie machte das alles, um mich zu beschützen. Seit ihrer Ernennung zur Generalstaatsanwälten, sagen alle, die sie kannten, sie hätte sich verändert. Vielleicht war es so leichter für sie. Was meinen sie denn damit? Was glauben sie wohl? Wir haben also vom Polizeichef Gant befolgt. Sie muss sich tief in ihr Inneres zurückgezogen haben. Und hat sich gezwungen, alles zu tun, was der Polizeichef von ihr verlangte. Deshalb ist sie so kalt geworden. Es war alles mein Fehler. Alles nur, weil ich, weil ich Amarschal tötete. Er hat jetzt bloß keine Vorwürfe, wenn du jemanden etwas vorwerfen möchtest. Dann die Gesellschaft, Kleine. Ja. Polizeichef Gant mag alle mit seiner Fälschung hereinlegen. Aber nicht meine Erinnerung. Ich weiß es wieder. Ich stieße Amarschal in die Rüstung. Ich... Ich verstehe. Und wir gehen jetzt lieber wieder rein. Es ist Zeit für den Schlussakt. Oh shit. Emma, warte doch. Nein. Ich gehe mit Ihnen. Ich möchte dabei sein. Wenn Lana die Wahrheit erzählt. Gehen wir, Ride. Es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Verdammt richtig. Oh shit, Leute. Okay, passt vorbei. Bye. Bye. Okay, ich bin sehr gespannt. Was diese junge Frau zu sein hat. Nun denn. Die angekackte Frau Lana Sky soll in den Zeugenstand treten. Frau Lana Sky. Sie sind die Generalstaatsanwälte. Ich bin mir sicher, dass Ihnen bewusst ist, was von Ihnen erwarten wird. Aber Herr Edgeworth. Sie wissen doch bereits alles. Sie wissen alles, was ich Ihnen in den letzten zwei Jahren getan habe. Bitte machen Sie Ihre Aussage, Frau Sky. Und denken Sie daran. Sie sahen unter Eid aus. Wir wollen die Wahrheit hören. Natürlich. Die Wahrheit. Lana, egal was passiert. Ich werde immer deine Schwester sein. Nun denn. Ihre Aussage, wenn Sie so nett wären. Erzählen Sie uns zunächst von Ihrem Verhältnis zu Gutt. Alles hängt von Ihrer Aussage ab. Sie sind unsere einzige Chance, Gutt zu überführen. Gutt und die Manipulation. Ich habe jahrelang mit Gutt zusammengearbeitet. Diese Erpressungstheorie entbehrt jeglicher Grundlage. Ich habe die Beweise vor zwei Jahren Gutt allein manipuliert. Als ich Staatsanwalt Marshall Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Immer spielte dabei keine Rolle. Wollen Sie wirklich bei dieser Aussage bleiben? Euer Herrn. Ich gestehe ein Kapitalverbrechen. Ich gestehe ein Kapitalverbrechen. Natürlich bin ich mir da sicher. Aber Lana! Wenn das stimmt. Als das, das Polizeischofgarten nichts damit zu tun hatte. Das habe ich Ihnen doch schon von Anfang an gesagt. Bitte! All right! Sie müssen ihr helfen! Sie opfert sich für mich! Aber was ist, wenn sie die Wahrheit gesagt hat? Halt sie nicht! Ich kenne doch meine Schwester. Immer wenn sie so steif ist beim Sprechen, dann verheimlicht sie etwas. Tief in ihr drin. Äh, schreit sie vor lauter Schmerz. Hm. Ja. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, meine Meinung in Frage zu stellen. Die Verteidigung darf jetzt mit dem Kreuzhörer beginnen. Okay. Dann wollen wir mal. Ich habe Jahre lang mit Gott zusammengearbeitet. Wie viele Jahre waren das genau? Seit ich Oberinspektor geworden bin. Mal sehen. Damals war ich 24. Es müssten also 5 Jahre sein. Inspektor Gant und Inspektorin Sky waren als Partner legendär. Ich habe selbst bei zahlreichen Fällen Aussagen gesehen. Sie muss gut gewesen sein. Sie war ja schließlich auf derselben Schule wie mir. Daman Gant war ein, äh, rechtschaffender Inspektor. Deswegen. Diese Erpressungstheorie entwert jeglicher Grundlage. Aber überlegen Sie bitte nochmal, Frau Sky. Sie haben Inspektor Guttmann nicht ermordet. Sie haben, äh, das haben Sie mir doch gestern im Gefängnis gesagt. Sie verstehen es immer noch nicht. All right. Jede Aussage, die Sie, äh, die Sie nicht vor Gericht bekommen, ist nichts weiteres als Gerede. Ich habe Inspektor Guttmann ein Messer in den Leib gerannt. Und ich habe die Beweise vor zwei Jahren ganz allein manipuliert. Haben Sie das getan, um Ihrer Schwester zu helfen? Joe Dark war ein Serienmörder. Meine Schwester wäre nur um ein Haar sein letztes Opfer geworden. Ich wollte nicht, dass dieser Vorfall ihr Leben ruiniert. Aber was sie getan hat, war doch nur berechtigte Selbstverteidigung. Sie wäre doch überhaupt nicht angeklagt worden. Darum geht es nicht. Sie erlitt an diesem Tag ein Trauma. Und alles nur wegen dieses Mistkerz. Das konnte ich ihm nicht verzeihen. Lana! Deswegen haben Sie ja also die Beweise vor zwei Jahren manipuliert. Als ich Staatsanwalt Marshalls Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Sie sagen, Sie haben das alles ganz allein durchgezogen. Ja. Würden Sie uns bitte erzählen, was Sie vorfanden, als Sie am Tatort eintrafen? Offenbar war ich die erste Person am Tatort. Das zerbruchende Messer der Staatsanwalt-Trophäer steckte in der Leiche. Was? Aber Staatsanwalt Marshall starb bei einem unglücklichen Unfall. Sie haben nur geträumt, dass das ein mögliches Szenario war. Hm. In Wahrheit hat nicht meine Schwester den Staatsanwalt umgebracht. Ratssieren Sie so viel Sie wollen, Herr Wright. Aber ich werde dabei bleiben. Sie meinen, Staatsanwalt Marshall wurde letztendlich von Dark getötet. So in der Art. Wenn das der Fall ist, war es dann aus der anderen Mordwaffe geworden. Dark war mit einem Springmesser bewaffnet. Ach. Das lag auf dem Boden, ein kleines Stück entfernt. Es war ihm wahrscheinlich beim Kampf aus der Hand geschlagen worden. So ist das nicht abgelaufen. Sie versucht, ihre Lügen mit weiteren Lügen zu vertuschen. Alles nur, um mich zu beschützen. Als Sie also den Tatort so vorfanden, was haben Sie da getan? Schließlich kommt es ja darauf an. Ja. Die Messerspitze abbrechen und sie in die Wunde stecken. Die Leiche bewegen. Alles ich. Sie haben die Spitze von Darks Messer in die Wunde des Opfers gesteckt? Und dann haben sie die Leiche bewegt? Aber warum? Warum hätten Sie das tun sollen? Das sollten Sie wohl am besten wissen, Edgeworth. Sie sind doch für Ihren schlauen Kopf bekannt. Hm. Mein Kopf ist auch nicht so schlecht. Vielleicht will ich helfen und fragen. Ähm. Als Sie am Tatort eintrafen, wo genau lag da die Leiche des Opfers? Sie lag dort, wo Sie schon vermutet hatten. Neben dem Tisch vom Polizeistift Gant. Die Leiche wurde aber bei Ihrem Schreibtisch gefunden. Warum haben Sie sie dort hingelegt? Und der Grund dafür ist ganz einfach. Nun gut, dann nehmen wir das in der Zeugenaussage der Zeugen auf. Der Grund, warum Frau Skye die Leiche bewegt hat. Die Schirme der Vase, die bei den Vorfällen zerbarsten, gefährdeten diesen Plan. Stücke der Vase. Sie meinen. Ja. Diese elende Vase, die uns Herr Wright vorhin gezeigt hat. Und zu zeigen, dass Dark das Verbrechen verübt hätte. Hielt ich es für zwecksdienlich, die Leiche woanders hinzulegen. Also. Als sie die Leiche ursprünglich fanden, war die Vase schon. Natürlich. Sie waren laute Scherben zerborsten. Wenn man sich den Tatort ansieht, war sofort klar, was passiert war. Neil Marshall war tot und Dark war bewusst nicht da. Mit anderen Worten, die Vase muss während ihres Kampfes kaputt gegangen sein. Verstehe. Was ist denn immer? Anscheinend ist die Vase in dem Zeitpunkt zerbrochen, als das Verbrechen passierte. Aber ich habe so ein Gefühl, dass sich mehr dahinter verbirgt. Da muss doch irgendwann ein Widerspruch sein. Wie auch immer, ich habe die Manipulation völlig alleine begangen. Meine einzige Motivation war die Vorurteile von Dark. Sebastian gefährdet in diesem Plan. Aber. Äh. Auf dieser Vase. War ja die Nachricht. Vom Neil Marshall. Äh. Der müsste ja erst mal da drauf geschrieben haben. Die Nachricht ist ja verteilt über mehrere. Wie sagt man. Über mehrere Scherben. Wie wir hier sehen. Sieht nach Blut aus. Schickt voll Scheibe oder was anderes. Ja, ja, ja. Ah, der hier ist lecklich. Das ist seltsam. Dun, 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 dun. Eifel! Frau Skye. Frau Skye. Frau Skye. Ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Sie haben dieses Verbrechen vor zwei Jahren begangen, um Ihre Schwester zu schützen. Sie meinen die Manipulation am Tatort, an der Neil Marshall ermordet wurde. Wenn diese Wahrheit jetzt ans Licht käme, wäre die letzten zwei Jahre ihres Lebens nutzlos gewesen. Auch wenn dies so ist, sehe ich mich gezwungen, alle auf einen Widerspruch in Ihre Aussage aufmerksam zu machen. Einen Widerspruch in meine Aussage? Sie haben ausgesagt, ich zitiere, die Scherben der Vase, die bei dem Ereignissen zerbarsten, gefährdet in diesem Plan. Das ist richtig. Haben Sie ein Problem damit? Es ist ein einfaches Versehen, nichts weiter. Sehen Sie, auf die Vase war etwas mit dem Blut des Opfers geschrieben worden. Ja, der Staatsanwalt muss das in seinen letzten Atemzug geschrieben haben. Genau. Und da liegt auch schon der Widerspruch. Damit das Opfer dieser Nachricht auf die Vase hätte schreiben können, hätte sie vor seinem Tod noch nicht kaputt sein dürfen. Er hatte Emmas Namen nicht auf eine zerbrochene Vase schreiben können. Ruhe, Ruhe! Euer Ann, es sieht so aus, als würde er mehr Informationen über dieser Vase und dieser blutigen Nachricht benötigt. Uns könnte hier etwas Entscheidendes entgangen sein. Etwas Entscheidendes? Generalstaatsanwältin. Sie scheinen genauso im Dunkeln zu tappen wie wir. Was ist die, was die Wahrheit betrifft, die wir hier herausfinden wollen? Was? Zeigen Sie uns einfach nur, was Sie gesehen haben. Wir setzen dann die Informationen zusammen und, um die Wahrheit herauszubekommen. Nun gut, die Zeugen dürfen mit ihrer Aussage fortfahren. Vase und Nachrichtenblut. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe die Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt. Aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, um nachzusehen. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Die Bruststücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt wurden. Sie meinen, sie waren diejenige, die diese Nachricht im Blut weggewischt hat. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht Generalstaatsanwältin. Sie glaubten nicht, dass Stark der wahre Mörder war. Deswegen versuchte sie, die echten Beweise zu entfernen. Nun gut, die Verteidigung kommt mit ihrem Kreuzfeuer beginnen. Digga. Vase und Nachrichtenblut. In welcher Richtung bewegt sich das Ganze, ey? Die Vase war also schon zerbrochen. Es ist ein Wunder, dass sie nicht schon früher zerbrochen war. Sie sieht ungefährlich und kläglich aus, wie die Posten der Verteidigung. Aber nicht so kläglich wie das Urteilsvermögen des Richters. Sie waren doch eine Turpelsfaktorin, der nie etwas entging. Wollen sie uns wirklich weiß machen? Sie hätten nicht untersucht, was auf den Scherben stand. Normalerweise hätte ich das. Alles immer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, um nachzusehen. Sie haben also nicht gewusst, dass der Name ihrer Schwester auf der Vase stand. Nein. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich alle Scherben aufgesammelt und so staubt es in meinem. Das führt uns jetzt nicht für richtig weiter. Lana, was würdest du für mich tun? Scheint es, als würden sie beide sich noch nicht vertragen. Wie auch immer. Ich hatte kaum genug Zeit, um die Leiche zu bewegen. Wenn jemand gekommen wäre, hätten sie die Beweise nicht mehr beseitigen können. Sie müssen es sehr eilig gehabt haben. Das hatte ich. Ich wusste, dass ich die Beweise beseitigen musste, bevor jemand kommt. Das ist äußerst schockierend. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Ich fürchte ihr Handeln offenbart, was wirklich passiert ist. Was meinen sie? Wenn sie wirklich dachte, dass Dark-Staatsanwalt Marshall getötet hat. Hätte sie das Blut nicht weggewischt. Was hätte ich denn sonst in dieser Situation machen sollen? Lana. Ich hatte nur wenige Augenblicke Zeit. Ich hatte gerade genug Zeit, um die Scherben einzusammeln. Die Bohrstücke waren groß. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Aber wie konnten sie bei dem Stromausfall etwas sehen? Nein. Es war doch noch stockdunkel im Büro. Meine Inspektoren ist auf alles vorbereitet, all right. Selbst jetzt habe ich immer eine Taschenlampe und eine Kamera dabei. Ich habe auch immer eine Notfallflasche von Luminol dabei. Egal, wo ich hingehe. Ich übersehe nie etwas. Ich habe jede einzelne Scherbe aufgesammelt. Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt wurde. Sie haben also den Tatort kriminalweise umarrangiert. Ja. Meine Handlungsweise ist nicht zu entschuldigen. Tut mir leid, Lana. Ich habe nicht gewusst. Ich habe die ganze Zeit über so schlecht behandelt. Es ist noch nicht zu spät. Es ist noch genug Zeit, um sich wieder zu versöhnen. Nachdem wir diesen Vorfall auf den Grund gegangen sind. Dieser Tag wird zweifelsohne die Staatsanwaltschaft für immer beflecken. In ihrer Aussage sind noch weitere Widersprüche an sich gekommen. Meine Schwester kämpft wirklich wie ein Löwe. Du musst ihr wirklich sehr viel bedeuten. Nichtsdestotrotz hat sie dabei den falschen Weg eingeschlagen. Ich glaube, ich habe jetzt endlich die Widersprüche in ihrer Aussage erkannt. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, die alles zum Guten wenden könnte. Habe ich schon auf der Vase sofort bemerkt. Keine Zeit nachzugehen. Ich bin so gut abgewischt. An Großzwingen bin ich mir sicher. Ein Bruchstück hast du anscheinend nicht gefunden. Das hatte Damen und Gant. Das Wichtigste. Frau Sky, unter dieser Vase verbirgt sich die Wahrheit. Sie selbst, äh, die selbst sie nicht kennen. Was? Wir haben das fehlende Stück dieser Vase im Tresor vom Polizeichef Gant gefunden. Im Tresor des Polizeichefs? Aber wie? Ich wusste es. Sie hat es wirklich nicht gewusst. An diesem fehlenden Stück ist sogar noch etwas beunruhigenderes. Es war... Es war immer noch Blut daran. Aber die Zeugin hat doch geradeaus gesagt, dass sie sämtliche Scherben aufgesammelt und das Blut sofort abgewischt hat. Ja. Ob wir erst nur eine einzige Erklärung haben. An dem Abend, als Staatsanwalt Marshal ermordet wurde, waren sie nicht die Erste, die am Tatort eintraf. Gant war schon vor ihnen da. Aber hätte sie nicht auch eine Scherbe übersehen können? Ich fürchte, das ist eher unwahrscheinlich. Die Scherben sind zu groß, um von einer Top-Inspektorin übersehen zu werden. Kann schon sein, aber jeder macht mal Fehler. Selbst ich hab mal einen ganzen Tag lang mein Gebiss gesucht. Das war die ganze Zeit in meinem Mund. Ja, unfassbar, oder? Haben sie es denn vergessen, euren Ehren? Als die Zeugen am Tatort ankamen, war die Vase dort schon zerbrochen. Äh, das? Es wäre nicht möglich gewesen, ihren Namen auf der zerbrochenen Vase zu schreiben. Eine andere Person muss vor der Zeugen am Tatort gewesen sein. Ich hoffe, sie meinen nicht, Polizei Schafgant. Es sucht nur in dieser Zeit unten nach Dark. Selbst wenn er zuerst dort war. Warum hat er... Die Frage ist doch, wenn er zuerst dort war. Warum hat er das so lange verheimlicht? Nur neuer Ehren. Haben sie darauf eine Antwort? Äh, äh... Äh, 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 äh... Nein! Nein! Moment. Ich stehe ja nicht vor Gericht. Oh, Mann. Der Armand Gant ist vor der Zeugen am Tatort eingetroffen. Er hat dann die Vase zerschlagen. Und absichtlich eine der Scherben versteckt. Frage. Wie nennt man eine derartige Handlung? Manipulation. Aber, warum sollte die Polizei Schafgant das tun? Angesichts dessen, was danach geschah, ist es doch wohl klar. Was danach geschah. Als Lana Sky den Tat entdeckte, glaubte sie, Emma hätte das Opfer getötet. Um ihrer Schwester zu helfen, war sie Gant um Hilfe. Gant halb. Ihr dabei Beweise zu konstruieren, die Dark belasten. Und Emma entlasteten. Und zwar aus folgendem Grund. Somit wurde Frau Sky nämlich zum Marionette des Polizeichiffs. Alter, sie hat sich einfach reingebissen, Digga. Nein. Ich war es ganz allein. Bitte, Schwesterherz. Hör auf, damit die Polizeichiffe in Schutz zu nehmen. Ich... Ich kann es nicht mehr mit ansehen, dass du um meinen Willen leidest. Nein, du warst es nicht. Du hast niemanden umgebracht, Emma. Du warst es nicht. Glaube nichts von dem, was Herr Wright sagt. Verteidiger. Lassen sich die übelsten Lügen einfallen, um ihre Mandanten zu verteidigen. Übelste Lügen? Und das sagt ausgerechnet meine eigene Mandantin. Hm. Ich glaube, es sind jemanden, der gern die Wahrheit verdreht. Hm? Moment mal. Was wäre... Wenn wir mitten in ganz Falle getappt sind? Stimmt etwas nicht, Herr Wright. Lana. Könnte vielleicht... Könnte vielleicht doch recht haben. Was soll das denn heißen, Wright? Sie erzählen also wirklich übelste Lügen, Herr Wright? Frau Sky. Bitte sagen Sie noch einmal aus. Aber... Wenn hinter Ihren Rücken Beweise manipuliert wurden, dann könnte Emmas versehentliche Töten vom Staatsanwalt Marshall auch eine Lüge sein. Aber... Ich kann mich daran erinnern, Herr Marshall umgestoßen zu haben. Frau Sky, ich bitte Sie. Ich... Ich kann nicht. Sie müssen doch von nichts mehr Angst haben. Hm? Möglicherweise wird dieses Kreuzfeld gar nichts ändern. Möglicherweise aber doch. Wenn Sie die Wahrheit sagen. So, gut. Ich werde dazu aussagen. Was ich wirklich gesehen habe. In Ordnung. Die Zeugin darf noch ein letztes Mal aussagen. Oh, shit, Leute. Der tatsächliche Tatort. Aber was Lana Sky uns noch zu sagen hat, das sehen wir im nächsten Part von Phoenix Wright, Ace Eternity. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao. Ciao. Bis dahin, Leute.